So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solopreneuren beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Online-Business machen. Und heute sitze ich hier zusammen mit Steffi Schwarzack. Hallo Steffi. Hallo Shalia. Guten Morgen. Steffi ist eine total liebe Kundin von mir. Wir haben fast, glaube ich, ein ganzes Jahr oder ein bisschen länger sogar zusammen gearbeitet. Ja, Steffi. Und in diesem Video geht es um eine Kundenstimme. Wir wollen zurückblicken auf die gemeinsamen Erfahrungen. Und wie so gewohnt, immer zu Anfang, frage ich dich, Steffi, könntest du dich vorstellen, den Zuhörern und Zuschauerinnen sagen, wer du bist, wo du lebst und was du tust in deinem Business und vor allem, wem du hilfst mit dem, was du tust. Ja, gerne. Ich, wie du schon gesagt hast, das heißt Steffi Schwarzack. Ich arbeite ähnlich wie du mit Solopreneuren, manchmal auch mit Selbstständigen, die ein kleines Team haben, an ihrem Auftritt oder immer dann, wenn sie sagen, ich möchte jetzt eine Bühne betreten und sozusagen mich mehr zeigen und darstellen. Meistens stehen sie dann an dem Punkt, wo die aus einer Arbeit zum Beispiel mit einem Marketingberater schon kommen. Die wissen also schon, in welche Richtung es gehen soll und merken, sie brauchen einfach noch mehr Außenaufmerksamkeit. Und dann arbeite ich mit denen an ihrer Präsenz und an ihrer Ausstrahlung. Und das tue ich im Grunde durch das Handwerkszeug, Stimme, Körpersprache und Sprechen, aber eben auch Mindset, wie du dir vorstellen kannst. Oh ja, absolut. Weil sich zu zeigen, sich sichtbar zu machen, auch den Markets für die meisten eine große Hörer am Anfang. Das sind sehr viele innere Ängste und Sorgen, die damit verbunden sind und vieles, was im Innen stattfindet, bevor man nach außen gehen kann, gell? Auf jeden Fall. Also, nun gut, ich ziehe natürlich auch die Leute an, die jetzt nicht so diese Rampensau sind und sagen, je, das mache ich. Die gibt es auch. Und für die ist das eine willkommene Geschichte. Aber ich habe eben auch viel mit Leuten zu tun, die vorher angestellt waren und die sich dort sehr gut darum gedrückt haben. Die müssen halt nicht irgendwie in den Mittelpunkt treten. Und jetzt merken sie, die Selbstständigkeit fordert sie da hinaus. Und ja, es ist aber auch eine Chance, einfach eben persönlich zu wachsen. Und ich begleite die dabei. Sehr schön. Und du hast ja auch, Steffi, eine ganz besondere Ausbildung, die mich fasziniert hat, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ich glaube, auf deiner Webseite. Kannst du ein paar Wörter darüber sagen, einfach, was du studiert hast? Ja, genau. Das Studium heißt Sprechwissenschaft. Und es gibt es in der Form, gab es das nur einmal in Deutschland. Und es gibt, glaube ich, noch die Sprecherziehung in Stuttgart. Ich habe das im Halle studiert. Und da geht es genau um diese Fähigkeiten. Also, wir haben sowas wie Rhetorik da gelernt, selber eben gemacht, aber auch anderen dann beigebracht. Wir haben Stimm- und Sprechtraining gehabt. Wir hatten das Sprechen auf der Bühne, das Sprechen für die Medien, aber eben auch Akustik, Phonetik, die Hintergründe davon. Und das ist ein sehr breites Studium gewesen. Und ja, daraufhin kann man dann gucken, in welche Richtung es geht. Und bei mir ging es relativ schnell in die Selbstständigkeit. Super. Du machst eigentlich schon seit einigen Jahren bereits Offline-Training im Seminarkontext, gell? Du arbeitest zusammen mit anderen an Ihr Auftritt schon ziemlich lange. Ja, ich bin zehn Jahre jetzt selbstständig. Habe ich gerade noch einmal nachgeschaut. Wird dieses Jahr gefeiert. Und es war aber eben, es war mir ein Bedürfnis, weg von diesem, ich gehe schon ein bisschen in die Richtung, was ist so das Motiv gewesen, hier zusammenzuarbeiten. Aber es war mir wirklich ein Bedürfnis zu sagen, ich möchte jetzt nicht nur mit meinem Köfferchen von Hotel zu Hotel gehen und da ein, zwei, vielleicht maximal drei Tage mit einer Gruppe von Leuten zu arbeiten, sondern eben Leute längerfristig zu begleiten. Weil die Techniken, so, sagen wir mal, von der Rhetorik her, um Leute zu beeinflussen, die kann man relativ schnell in ein, zwei, drei Tagen beibringen. Aber wenn es wirklich darum geht, zu gucken, wie kann ich mich selber dahin entwickeln, dass ich wirklich in eine wahrhafte Präsenz komme, das dauert. Und das habe ich dort nicht ausleben können. Und deswegen war das ab einem gewissen Punkt für mich auch sehr unbefriedigend. Ja, absolut. Und du hast auch einige andere Beweggründe gehabt, wie ich mich erinnere. Du hattest, als wir begannen zusammenzuarbeiten, ein kleines Kind noch, also das wäre mir schon ein ganzes Stück größer jetzt mittlerweile. Das heißt, auch deine Familiensituation ist auch eine solche, wo du einfach, glaube ich, mehr von zu Hause aus gerne arbeiten wolltest, ein bisschen mehr Freiheit und Flexibilität haben wolltest auch, oder? Ja, definitiv. Also, ich sage mal, eine Schwangerschaft und eine Geburt von den Menschen bringt ja immer eine kleine Pause und einen kleinen Einschnitt. Und es ist immer so eine Zeit auch wirklich zu reflektieren, geht es noch in die gleiche Richtung weiter oder nicht. Und ich hatte mich schon mit der Geburt meines Sohnes davor regionaler aufgestellt, sage ich mal, und nicht mehr ganz so weitläufig. Und jetzt war eben das Bedürfnis zu sagen, nee, es soll noch mal eine andere Richtung gehen. Und eben auch mit den zwei Kindern, logischerweise. Ja, absolut. Absolut. Finde ich total schön, dass man eben mit diesem Online-Business zum Teil, nicht, dass du das gesamt offline aufgegeben hast, aber dass du einen Teil deines Businesses jetzt online machst. Es gibt einfach eine gewisse seitliche, geografische Freiheit. Sie ist einfach anders als vorher, was viele natürlich anzieht. Und du sagst es, ne? Also, meine Vision wäre auch, dass wir die Flexibilität als Familie haben, nicht hier an dem Ort, wir sind in München, das habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt, bleiben zu müssen, sondern dass wir die Möglichkeit haben, wegzuziehen, wenn es für uns passt, ne? Ja, ihr seid ja auch eine internationale Familie, gell? Dein Mann kommt aus Kuba, wenn ich mich nenne. Richtig, ja. Und du hast ja nicht immer als Familie in Deutschland gelebt, sondern ihr wart auch eine Zeit lang, bevor die Kinder gekommen sind, unterwegs woanders, oder? Ich war viel erst mal alleine unterwegs und dann war ich in Kuba unterwegs und dann haben wir uns kennengelernt, genau. Sehr gut. Und ja, wer weiß, was die Zukunft noch bringt für die Familie und wo es euch hinschlägt, oder? Genau. Und diese Freiheit, die wollen wir uns jetzt eben nach und nach aufbauen. Mal sehen, was die Schule dann mitmacht, aber zumindest wir als Eltern und dann gucken wir weiter, genau. Ja, das Schöne ist, man hat, wenn man eine solche Vision hat, wenn man da sich nicht unter Druck stellt und zu ungeduldig wird, hat man Zeit, um zu schauen, wie wir sich das gestalten. Und allein die Intention zu setzen, ist schon der erste Schritt in diese Richtung. Gut, du, lass uns über die Hintergründe, was ich gerne so schätze, auch in diesen Interviews, ist, dass man sowas wie eine Reise darstellt, nämlich da, wo man angefangen hat und was in einem Jahr passiert ist. Und ich verfolge dabei nicht unbedingt diese amerikanischen Formate, wo es heißt, ja, ich habe mein Geschäft vervierfacht und verfünffacht, weil für mich geht es um das auch natürlich, ein Business aufzubauen, bevor man gut leben kann. Ganz klar, kontinuierlich neue Kunden gewinnen, habe ich es im Eingang gesagt. Aber es geht auch um viele andere wertvolle Veränderungen und Weiterentwicklungen. Und um diese erkennen zu können, fangen wir am Anfang. Also, was war deine Ausgangssituation, wenn du dich überhaupt erinnern kannst, wie du zu mir ins Coaching gekommen bist? Ich kann mich gut erinnern, weil du ja immer so Reflexionsphasen noch einbaust, deswegen weiß ich das wirklich jetzt noch. Und das war eben im Herbst. Ich hatte gerade einen Betreuungsplatz für meine Tochter angefangen, hatte deswegen auch die zeitliche Freiheit. Und wusste eben das, was ich vorhin gesagt habe, ich möchte weniger von diesen Offline-Trainings machen und mehr Einzelberatung, wie du per Skype, per Zoom oder anderen Medien anbieten. Und das war einfach der Punkt, an dem ich stand. Und ich wusste, ich möchte gerne ein Stück weit mir auch nochmal Beratung von außen ins Boot holen, in welche Richtung es geht. Weil womit ich mich seit Jahren rumgeschlagen hatte, das muss man dazu sagen, war dieses Thema Zielgruppe und Positionierung. Das war für mich ein Riesenknoten im Gehirn. Genau. Und mit diesem Hintergrund bin ich dann in das Webinar mit Marit gestolpert, weil das ging, glaube ich, um Zielgruppe und Positionierung. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, ich glaube, das war da, wo, ja genau, es ging darum, weil ich hatte gerade damals, ich glaube, das war Herbst 2015, ich hatte den Kurs gelauncht, einen begleiteten Online-Live-Kurs zu diesem Thema. Und das war, glaube ich, der Bestand von dem Webinar mit Marit Altke. Ja, und genau, und diese, in diesem Kurs, genau, hast, ich glaube, das war in diesem Webinar, hast du was gesagt, wo es bei mir so, ich singe mir so die Ohren auf und es hat ganz viel von dem Knoten schon weggenommen. Vielleicht kam es auch an einer späteren Stelle, aber in dem Moment, ich sage jetzt mal, was du gesagt hast, ja, für mich war das eine Aussage, die so ganz erhellend war, nämlich du hast gesagt, Positionierung ist ein Prozess. Und das war für mich so die super Befreiung, dass ich jetzt von diesem, ich muss die jetzt finden und es muss genau die richtige sein, weggeführt hat. Eigentlich total leicht, aber für mich eben ein Riesending. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das ein Stück später gesagt hast, aber auf jeden Fall war dann für mich nach dem Webinar klar, ich mache jetzt erst mal diesen Zielgruppen-Positionierungskurs mit Marit. Und ich glaube, innerhalb einer Woche des Kurses habe ich mich dann gleich für ein Gespräch mit dir angemeldet und dann war klar, okay, jetzt möchte ich mit dir zusammenarbeiten. Ich möchte es noch intensiver als nur in dieser Gruppe haben. Ja, also du warst eben erst mal Teilnehmer im Online-Kurs mit den anderen und dann hast du dich bewegt in Richtung einer 1-zu-1-Beratung. Ja, es gingen einige Kunden so. Ich glaube, ich habe aus dem Kurs noch nie so viele 1-zu-1-Kunde gewonnen. Es war unglaublich. Ja, und ich bin eben nicht eine, erstaunlicherweise würde ich auch sagen, ich bin sonst jemand, der das sich lange überlebt, aber bei dir war es irgendwie sofort lieber auf den ersten Blick. Ich wusste, das ist jetzt das Richtige, auf das ich gewartet habe. Sehr schön. Manchmal macht es einfach ping, meint meine Schule auch. Für mich stimmt, gell? Was waren deine Erwartungen, Steffi, als du ins Coaching gekommen bist? Ich meine, wir hatten das Kennerlern-Gespräch ganz klar und das läuft immer so ab, dass man überhaupt erst mal selbst, also dass jemand mir sagt, oder jetzt in dem neuen Fall, Simone Förster, unser neuer Enrollment-Coach, was sogar die Anliegen sind, wo du hin möchtest. Aber was hast du erwartet oder gehofft, als wir begonnen haben? Also, ich habe eben erwartet, dass ich mit der Begleitung mit dir nach einem Jahr die Umsatzzahlen habe, die ich mir sofort wünsche. Ja. Und dass ich ganz schnell vorwärts komme. Die meisten so, gell? Und ich bin vorwärtsgekommen, aber ich bin definitiv auch langsamer vorwärtsgekommen, als es in meiner Erwartung da war. Und es ist nichts, was ich jetzt irgendwie dir vorwürfen könnte, sondern du hast mir da eher den Zahn gezogen und gesagt, geh lieber Schritt für Schritt, aber geh. Und das war ein ganz, das sind jetzt bei den Erkenntnissen, ganz wichtige Erkenntnisse, dass ich eben nur zwei Füße habe, um vorwärts zu gehen. Und diese Abkürzungen mit einer U-Bahn oder mit einem Flugzeug, die bringen oft nichts. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich muss diesen Weg selber gehen. Ja. Und manche sind halt schneller vom Schritt her und andere sind langsamer vom Schritt her. Ja. Also, genau. Und das war ja nicht die einzige Erwartung. Also, ich habe natürlich auch erwartet, dass ich eben mehr sichtbar werde, oder dass die Website steht und solche Dinge. Und auf diesem Wege habe ich einiges erreicht. Ja. Vielleicht kannst du mir darüber sagen, weil das ist für viele extrem entlastend. Und ich merke das bei vielen von meinen Kunden auch. Also, sage ich mal, 50 Prozent mindestens haben die Absicht, möglichst schnell nach vorne zu kommen, wenn sie beginnen. Sie wollen Abkürzungen, Lernkurve reduzieren, am Umsatz so schnell wie möglich, so schnell wie möglich von ihrem Business leben können. Gut, in deinem Fall war das anders, weil du hattest ja schon dein Geschäft. Aber dann kommen sie an Bord und häufig merke ich, wenn überhaupt, dass sie gut unterwegs sind, die gehen nicht langsam, schon nicht vorher, bevor sie zu mir gekommen sind, nur sie gehen nicht zu diesem rasanten Tempo, was sie sich wünschen, dann peichern sie sich die ganze Zeit, dass sie nicht schneller sind, und das ist irgendwie so ein typisches Unternehmerphänomen. Ich weiß nicht, woher wir das haben, aber viele von uns haben das, ich inklusive. Und dann reden wir im Coaching eben über diese Baby-Schritte. Also, was es bedeutet, ein Projekt anzufangen und es zu Ende zu bringen, Schritt für Schritt für Schritt. Und warum das dich über lange Zeit zu einem soliden und nachhaltigen Geschäft führt, anstatt irgendwie alles zu überstürzen? Also, was bedeuten diese Baby-Schritte für dich überhaupt? Diese Baby-Schritte bedeuten, also das heißt ja erstmal, ich mache im Außen sozusagen von meiner Handlung her eben gewisse Dinge, Prozesse, die aber machen, dass sie sozusagen, ich sage es jetzt mal übertrieben, dass meine Seele nachkommt. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass es Zeit braucht, um wirklich auch in diese Unternehmerrolle nochmal auf eine ganz andere Ebene reinzuwachsen. Und dafür kann das sehr gut sein, langsam zu laufen. Oh ja. Und der kritische Moment ist ja eigentlich, also Geschwindigkeit ist ja immer in Relation zu sehen. Und genau das ist das Ding. Wenn wir das Gefühl haben, wir laufen zu langsam, ich stecke da immer ein, ich vergleiche mich dahinter. Ja. Und dieses eben zu merken, okay, andere haben einen anderen Speed drauf, was sie definitiv haben, warum auch immer. Ja. Das ist das eigentlich kritische Moment, glaube ich, einfach dieses eben sich vergleichen dahinter, um dadurch eine Wertung zu treffen. Ich bin nicht gut mit meinem Tempo. Oh ja. Oh ja. Und genau, das ist so, das ist so eins der Erkenntnisse, der wichtigen Erkenntnisse in diesem Jahr. Ja. Und auch dieses, dieses Learning, was mich jetzt immer noch begleitet, immer wieder zu merken, okay, ich, ja, ich habe meinen Tempo, und mit dem gehe ich weiter. Also nicht dann stehen zu bleiben, frustriert, Mensch, ich bin jetzt irgendwie langsamer und deswegen mache ich gleich gar nichts mehr. Sondern einfach zu sagen, okay, ich gehe in dem weiter, was gerade ist. Ja, absolut. Ja, das, und das hast du so schön gesagt, das ist zwei, zwei Dinge. Also das eine ist, jeder hat sein eigenes Tempo für die aktuelle Lebensphase, in der man ist. und das Tempo wird bestimmt, wie du sagst, also das Seelentempo, wenn man möchte, kommt der Seele nach, mit dem, was irgendwie der logische Verstand erreichen will. Oder braucht man doch ein bisschen Wachstum und Reifezeit, um hinzukommen. Und das sind etliche andere Faktoren, wie die Familiensituation oder dein aktueller Wissensstand über beispielsweise Online-Business und wie leicht das fließt. Oder es kommen so viele neue Fähigkeiten auf einen zu, in deinem Fall, weil du zum Beispiel einen Podcast aufgebaut hast in diesem Jahr, wo man erstmal lernen muss, wie geht die Technologie, was will ich überhaupt sagen, komme ich in eine Routine rein, um das aufzusprechen, wie macht man das mit der Verbreitung des Contents, wie wird man Interviewpartner. Also so viele neue Skills, die auch da sind, die auch das Tempo mitbestimmen. Also etliche Dinge. Und einfach dieses innere Frieden zu schließen mit dem eigenen Tempo und das lieb zu haben oder lieb zu gewinnen, wenn man so will, ist so, so wichtig. Weil definitiv weiß ich eins und du wirst mir sicher recht geben, Steffi, das, wo wir uns auf jeden Fall bremsen, ist, wenn wir uns im inneren Drama verwickeln mit der Ungeduld und der Geschwindigkeit und der Unzufriedenheit, die raubt uns so viel Kraft, dass wir uns definitiv dadurch verlangt sind. Oder willst du mir recht geben? Ja, definitiv. Und mir ist jetzt gerade noch ein Comic eingefallen, den ich letztens sah, den erzähle ich jetzt mal. Und zwar sieht man da eine Schildkröte drauf, die eben klagt, dass sie so langsam ist. Und ich weiß nicht mehr, wer mit ihr redet, aber jedenfalls reden sie dann über den Hasen, der so schnell ist, der neunmal schneller ist als sie. Und dann wird die Schildkröte dann von ihrem Gesprächspartner gefragt, naja, welche Lebenserwartung hast denn du? Naja, so 150 Jahre und welche hat der Hase? Fünf Jahre. Also, da geht es letztendlich auch um Tempo und ja, wir wissen nicht, was die anderen da noch im Leben erwartet. Das heißt ja gar nicht, dass die Lebenserwartung so niedrig ist, sondern vielleicht müssen die danach noch ein anderes Business machen, was sie selber noch nicht wissen. Und wir haben Zeit für unser Eines. Keine Ahnung. Ein super schönes Bild. Die Comic musst du mir senden, Steffi. Ja, ich werde jetzt nur eins kennen. Sehr gut. Und ich habe so einen Lieblingsspruch, was von den amerikanischen Mariner kommt. Die haben dieses Motto, nämlich slow is smooth, smooth is fast. Also langsam ist glatt oder was sagt man smooth? Es geht leicht nach vorne und glatt ist schnell. Also einfach die Idee, wenn etwas Wichtiges ansteht, wenn es darum geht, etwas Solides zu tun und umzusetzen, dass man eben langsam geht, um schnell voranzukommen. Und das gefällt mir auch sehr gut. Es entlastet auch ein Stück weit. Nichtsdestotrotz hast du in dem Jahr sehr wohl ganz, ganz viel erreicht. Die haben wir in unserem Celebration Course schon zweimal angesehen. Zum Beispiel die Zielgruppenpositionierung, die total klar ist jetzt. Also glaube ich jedenfalls, dass es so ist. Du hast deine Website dementsprechend überarbeitet. Du hast neue Pakete entsprechend dazu entwickelt. Du hast deine Podcasts gestartet. Das sind nur so einige faktische Dinge. Was würdest du sagen, waren so innere Dinge, wo du dich weiterentwickelt hast in dem Jahr? Ja, also gerade dieses erste halbe Jahr, da war ganz viel innere Arbeit, weil, also im Zweiten auch, aber in diesem ersten Halben, da ging es darum, eben die Website zu machen mit dieser Zielgruppenpositionierung. Und das hat wirklich gemacht, dass ich in dem Moment, wo ich diese Worte da hinschreiben musste, dass ich mich intensiv mit den Fragestellern auseinandersetzen musste. Und das hat das Resultat gehabt, dass ich jetzt sehr viel Klarheit habe. Also Klarheit ist so ein super Resultat und das bringt extrem viel Ruhe rein. Das ist irgendwie ganz beruhigend. Also ich habe auch das Feedback von jemand außen bekommen, seit du dich neu ausgerichtet hast, wirkst du so entspannt auf mich. Also ein Feedback, was ich bekommen habe. Und ja, das ist vielleicht noch so ein Nebeneffekt, der für mich gar nicht so spürbar war, aber für andere. Und das zweite halbe Jahr der Zusammenarbeit, da ging es mehr weg von diesem Innen erst mal finden, sondern dann diese Sachen in die Welt tragen, nach außen kommen. Also du hast gesagt eben der Podcast. Und das hat nochmal gemacht, eben mich mit dem auseinanderzusetzen, was eigentlich auch ich lehren möchte, aber was plötzlich für mich selber auch wieder Thema war, mit dem mich zeigen, in den Mittelpunkt treten. Also im Grunde bin ich meinen Kunden bei diesem Thema manchmal nur ein, zwei Wochen voraus. Und sozusagen einfach, weil ich mich immer wieder selber auch damit nochmal auseinandersetzen musste. Weil für mich ist es leicht, auf eine Bühne zu treten, in einem echten Vortragssaal, wo ich eine Beziehung aufbauen kann, aber in diesem Online-Business, wo ich nicht direkt immer, also gerade im Podcast, mein Gegenüber habe, sondern erst mal für eine unbekannte Gruppe spreche. Das war auch für mich herausfordernd. Oh ja, oh ja. Meinst du, mein Marketing ist nicht für mich herausfordernd? Was immer. Ja, von außen denkt man immer, das ist es nicht mehr. Ja, aber jeder neue Schritt stellt eine neue Herausforderung dort, wo man erst mal mit sich, ja, ich finde es auch schön, weil man auch mit diesen Gefühlen konfrontiert wird und man wird daran erinnert, wie es den eigenen Kunden geht bei der Sache. Und deswegen ist es schön, dass es fortwährend so ist. Das ist zwar nicht so ganz Erdbeben-sitternd machen, wie am Anfang. Ich weiß noch, die ersten Webinare zum Beispiel habe ich herumgetigert und fast geschlitzt die ganze Zeit. Ich hatte solche Nervosität, aber immer noch doch so dieses leichte Prickeln und Erinnerung daran, dass es für uns Menschen doch eine Überwindung bedeutet, da nach außen zu gehen. Ja, also definitiv. Und auf die Frage zurückzukommen, die du noch hattest, eben was es noch gebracht hat. Also es hat, das Machen dann, in diesem Machen drinnen zu sein. Ich bin ja im Grunde jetzt erst in dem Prozess, wo ich mir sozusagen die Erlaubnis gebe, einfach erst mal ein paar Monate jetzt in diesem Ding, die ich gefunden habe, eine gewisse Routine zu entwickeln. Und das Tolle daran ist, dass ich merke, dass es mehr Freude bringt, je öfter ich es tue. Also dadurch wird es etwas weniger von dieser Aufgeregtheit drinnen und dadurch kann sozusagen der Freude mehr Raum gemacht werden. Und das ist schön. Also es macht Spaß. Das ist super gut. Und manchmal mache ich gerne eine Beobachtung von meiner Seite. Also ich sagte, ich erlebe dich auch wesentlich entspannter als vom Anfang an. Ich hatte das Gefühl, dass es weniger an die Positionierung als solches liegt, sondern ich habe das Gefühl gehabt, du bist in dir noch ruhiger geworden. Gerade habe ich das gemerkt nach einigen der Kunden-Events, wo wir zusammengekommen sind und über einige so innere Themen gesprochen haben. Hast du auch das Gefühl, dass du da ein bisschen ruhiger im Innen geworden bist? Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich extrem viel an meinem Mindset getan hat. Und dass da, ich nenne es gar nicht Ruhe, sondern dass da oft, nicht immer, aber oft ist da so ein Vertrauen. Es hat wirklich ein Vertrauen wachsen können. Und das gibt eine extreme Freiheit. Ja. Also so würde ich es jetzt eher für mich beschreiben. Oh ja, das ist so schön. Ja, genau. Da bin ich nicht am Ende meiner Weisheit, also ich glaube, da geht es immer weiter, aber ich weiß, es ist so ein Zustand, an den ich immer öfter zugreifen kann. Oh ja. Oh ja. Das ist so schön. Steffi, das ist fast ein tolles Gespräch heute, weil dieses Urvertrauen, das man zurückerobern kann, wenn man die Schichten wegtut von verrückten Gedanken, die wir haben als Unternehmer und Unternehmerin, die ist die ultimative Freiheit. Und die ist die Freiheit, die eigentlich alle suchen, obwohl die andere Dinge so als Vorwand in den Vordergrund stellen, glaube ich. Freiheit durch Umsatz, Freiheit durch, keine Ahnung, andere Geschäfte. Aber findest du auch, dieses Vertrauen im Innen ist die eigentliche Freiheit? Ja. Also ich denke, Geld kann es einem erleichtern, aber andererseits weiß ich, dass dieser Umsatz keine Garantie dafür ist, dass man diese Freiheit hat. Ja. Sondern ich erlebe auch viele Leute, die wahrscheinlich sehr viel mehr Umsatz machen als ich, die aber gehetzt sind und getrieben sind. Und genau. Deswegen denke ich, dass sehr viel mehr dazu gehört, wirklich ein rundum freies Gefühl zu haben. Auf jeden Fall. Also dieses innen-nach-außen gelebtes Business, würde ich sagen. Ja, das ist, genau, das ist ein wunderschöner Begriff, den du da geprägt hast, weil du im Grunde damit auch mir, damals, als ich das zum ersten Mal von dir gehört habe, noch diese Richtung gegeben hast, was ich eigentlich auch mit meinem Business will. Ich arbeite natürlich viel am Außen, wenn ich an Stimmtechniken arbeite. Ja. Aber letztendlich geht es immer darum, dass es von innen nach außen wachsen muss. Absolut. Absolut. Ja. Stabi, was sind nächste Schritte für dich? Was tust du als nächstes? Und danach direkt nachfolgen möchte ich mit dir über deinen Podcast sprechen, weil ich finde, das ist sicher für andere interessant. Ja, das ist im Grunde, also das Nächste, das Nächste, für diese drei Monate jetzt, bis März. Ich habe angefangen, das ist vielleicht auch neu, mein Jahr eher runterzubrechen. Was sind so Projekte, die ich erreicht haben möchte? Natürlich habe ich so diese Jahresvision, aber die gucke ich mir während des Jahres gar nicht so stark an, sondern diese runtergebrochenen Projekte. Und in diesen ersten drei Quartalen, in diesen ersten drei Monaten ist wirklich eines der Projekte erstmal diese Routinen, die ich angefangen habe, wirklich durchzuhalten, weil das ist die kleine Herausforderung natürlich im Alltag, mit Kindern, die krank werden etc., wirklich da drinnen zu bleiben in diese regelmäßige Podcast-Produktion, mich einzufinden, irgendwie promote ich meine Podcast-Folgen. Also da sind kleine Learnings dabei, ohne dass ich jetzt gleich mit einem großen Launch oder so beginne. Das ist das, was jetzt als Nächstes kommt. Und dann für das spätere Frühjahr habe ich dann noch andere Ideen, die sich entwickeln können. Und zu dem Podcast ist natürlich eins dieser Babys, was jetzt darin neu ist, dass ich diesen Mitmach-Podcast initiiert habe, wo einfach die Idee drin ist, wirklich auch anderen Leuten eine Bühne zu geben. Also der Klassiker ist ja, dass man in einem Podcast Interviewgäste einlädt, was auch erst meine Idee war und plötzlich war so ein Gefühl, ich möchte eher Leuten, die sich jetzt vielleicht noch nicht in ein Interview trauen würden, auch die Möglichkeit geben, schon mal Podcast-Erfahrung zu schnuppern, Bühnerfahrung zu schnuppern und deswegen öffne ich sozusagen die Podcast für Leute, die vielleicht noch nicht Technik in dem Maße zur Verfügung haben, dass sie da auch sprechen können. Ah, das ist eine super Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und wie hast du vor, diese Leute zu finden? Also wirst du die Intention setzen und schauen, wer kommt, oder? Das auch, das auch. Vielleicht für jemanden, der gerade zuhört. Ein paar habe ich jetzt schon gefunden für die erste Folge. Also, genau. Ein paar haben sich jetzt schon, haben mir schon ihre Aufnahmen geschickt. Also, indem ich das weitersage, indem ich natürlich in Facebook promote, ich will auch noch Xing noch promoten, in den Netzwerkevents, in denen ich hingehe, erzähle ich den Leuten das. Sehr schnell. Genau, dann gucken wir mal, ob noch, also drei, vier hätte ich gerne noch mit da rein für die Folge. Gucken wir mal. Mal gucken, vielleicht meldet sich von diesem Video jemand. Das wäre schön, ja. Steffi, wo findet man mehr über dich und deine Arbeit und wie kann man dann in Nachfolge deinen Podcast finden und hören? Ja, den Podcast gibt es zum Beispiel auf iTunes, aber auch auf jeder Podcast-App, die man im Handy hat, unter Zeig dich und sprich. Einfach das Motto eingeben, Zeig dich und sprich. Super Motto. Ich liebe diesen Namen von diesem Podcast. Ich bin so froh, hast du das beibehalten. Zeig dich und sprich. Genau. Und ansonsten, meine Website, die ich aber umbenannt habe, die heißt nicht Zeig dich und sprich. Man würde es aber auch noch finden, die heißt steffi-schwarzack.de. Sehr schön. steffi-schwarzack.de mit zwei F. Genau. Und wenn man Slash machen würde, würde man auch noch Slash Mitmach-Podcast. Da findet man die Infos für den Mitmach-Podcast. Sehr, sehr schön. Steffi, zum Schluss frage ich immer bei einer Kundenstimme folgende Frage, nämlich, was würdest du denjenigen, die da draußen gerade uns hören und sie denken gerade über eine mögliche Zusammenarbeit mit mir nach, aber sie zögern noch, den Knopf zu drücken für eine virtuelle Kaffeepause und diese Kaffeepause ist zwar nicht mehr mit mir jetzt gerade, sondern mit unserem Enrollment-Coach Simone Fürster, aber sie hilft denjenigen, in Erfahrung zu bringen, welche Optionen der Zusammenarbeit mit mir zu ihren Zielen und Bedürfnissen passen. Was würdest du denen raten, die gerade darüber nachdenken? Und noch zögern. Also zum Ersten kann ich sagen, dass die Simone auch total nett ist und dass es sich schon lohnt, ein Gespräch mit ihr zu führen, weil es so angenehm ist. Und dann gibt es, also wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, sind es drei Sachen, die man im Coaching mit dir kriegt. Man kriegt erstens diese ganzen praktischen Sachen natürlich durch die ganzen Materialien, die du zur Verfügung hast, also wirklich praktisches To-Do's, Hands-on, wie mache ich meine Pakete, etc. Das ist super. Und daneben kriegt man eben auch noch die Möglichkeit, als Person zu wachsen und an diesem ganzen Mindset-Fuck, könnte ich jetzt mal sagen, zu arbeiten, das jetzt weniger stört. Dieser Fuck. Ja, genau. Und das Dritte, was vielleicht immer ein bisschen untergeht, ich habe dich ja, also ich habe nicht nur mich in diesem Jahr entwickelt, sondern du hast dich in dem Jahr auch entwickelt und ich fand es total spannend, einfach auch deinen Prozess ein Stück weit beobachten. Kann man natürlich auch von außen, aber wenn man im Gespräch ist, kriegt man noch mehr mit, einfach ein Stück zu beobachten, wie hat sich die Qualität deiner Coachings verändert durch deine eigene Ausbildung und so weiter. Und das ist sehr schön und das hat mir ganz viel Freiheit gegeben, zu sagen, ich muss ja nicht fertig sein, ich darf ja auch noch währenddessen weiter wachsen. Ja, das ist so spannend, dass du das sagst, weil viele Kunden, gerade bei diesen Celebration Calls, die wir machen, Rückblick auf die sechs Monate Zusammenarbeit, sie melden, dass dieser Hinter-der-Kulisse-Blick, wenn man so will, zu schauen, nicht nur, wie alles aufgebaut ist von den Prozessen im Hintergrund, sondern auch diese Wachsinn und Wertewege und du kennst mich ja mittlerweile sehr gut, ich bin da sehr offen und ich sage, was ich probiert habe, welche Fehler ich gemacht habe oder wenn etwas nicht so gut gelaufen ist im Coaching, schreibe ich dir eine Mail und sage, hey du, tut mir leid, das war ein schlechter Tag, ich zeige mich, dass sie nicht einfach offen und transparent, was das anbelangt und viele melden das zurück, dass das hilfreich ist. Es ist spannend, dass du das auch sagst, Steffi. Ja, Das ist die erste Sache allerdings in einem Testimonium, die du sagst. Total cool, total cool. Ja, super. Also das sind so die drei Sachen, die man da kriegt und ich glaube, das ist das optimale Rundum-Paket. Also ich weiß, ich buche wieder. Sehr schön. Steffi, es war so ein Vergnügen und eine Freude und eine Ehre mit dir, in dem Jahr zusammenarbeiten zu dürfen und ich bin nur für ein Jahr, wenn du wiederkommst, wenn du ready bist und vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und für das schöne Herzgespräch, was anderen sicher weiterbringt. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dich. Gerne. Ja. Ja.